Heyo und willkommen zu Life is Strange. Lasst euch mit reinziehen in das stürmische Leben von Mads. Und dann starten wir auch schon rein. Und da ist es. Was sagt die Zeitung? Strandete Enkel, die Suche nach den Walen. Die Küsten Arcadia Base dient einst als entzückender Zugang zum Pazifik und zu fernen Gewässern. Jetzt sehen sich Anwohner und Touristen mit dem traurigen und surrealen Anblick von Grauwalen konfrontiert, die aus unerkehrlichen Gründen an Land schwammen und in ihr Verderben. Die Wahlschule wurde Mittwoch, dem 9. Oktober am frühen Morgen gesichtet und mindestens ein halbes Dutzend Tiere fand sich innerhalb weniger Stunden am Strand wieder. Entweder tot oder im Begriff zu sterben. Smartphone-Aufnahmen enthüllten keine ungewöhnlichen ozeanischen Aktivitäten oder übermäßige Verschmutzung. Derzeit studieren Ökologen und Meeresbiologen aus dem ganzen Land sorgfältig Proben der Wale und ihrer Umwelt. Die Prescott Stiftung hat im Angesicht des lokalen Ausmaßes dieses ökologischen Mysteriums bekannt gegeben, zusätzliche Mittel für die Forschung zur Verfügung zu stellen. Auf der nächsten Seite fortgesetzt. Ja, ja, ja. Rachel Amber ist even missing in this reality. I guess I can't change everything. Nicht alles. Und wenn dann, äh, unvorhersehbar. Suche nach, ähm, beliebten Teenager wird fortgesetzt. Rachel Amber, eine brillante Schülerin aus Blackwell Academy, wurde seit sechs Monaten nicht gesehen. Und doch verstärkte Familie und Freunde ihre Bemühungen in der Suche nach der 18-jährigen Bewohnerin Acadia Base. Die Polizei und das FBI verfügen über wenige Hinweise und informieren in diesem Fall, was das Interesse der nationalen Reality-TV-Show, äh, wo sind sie hinweckte. Die Familie Amber bietet eine Belohnung für jegliche Informationen, die zum Aufenthaltsort ihrer Tochter führen kann. Für weitere Details kontaktieren Sie bitte. Help find Rachel Amber. Mhm. Darf ich raus? Ja, ist offen. Gut. Ja, ohne William ist das alles so lala. Guck mal an, all these dead birds. It's happening here too? Ja. Daran hast du absolut nichts geändert. Die Katze ist natürlich trotzdem tot. I'm sorry, Bongo Kitty. But you passed on before I changed this reality. Mhm. Rasen. Oh man, the swing is gone now. It must have been sad for Chloe when William took it down. Mhm. Chloe actually moved our drawing so she could see it from her room. Chloe. Ja, ist aber schon, schon schön. Fenster. I'm glad Chloe gets a room with a view. Ah, ist richtig. Papier. They might get their own home taken away because of medical bills. That's terrible. Das glaube ich. Sehr geehrter Mr. Price. Mit diesem Brief informieren wir Sie darüber, dass Sie mit Ihren Zahlungen für Ihre Hypothek, Konto so und so, im Verzug sind. In der Zeit ist die Summe von 12.000 auf diesem Konto zahlbar bis zum 1. August 2013. Diese Summe ist seit dem 1. März 2009 überfällig und Sie haben diverse Zahlungserforderungen oder Bitten zur Konsolidierung Ihrer Schulden ignoriert. Wenn die vollständige Summe von 12.000 innerhalb von 15 Tagen gezahlt wird, müssen wir den Prozess zur Zwangsvollstreckung Ihres Heimes beginnen. Wir haben Sie in mehr als angemessenem Ausmaß gewarnt und sehen uns gezwungen, entsprechende Maßnahmen zu treffen. Mit freundlichen Grüßen, Donald Kemp, Kreditinstitut. Aha. Hey, William. Am I bothering you? Why yes, Max. I love going through bills. Kidding. How can you bother me? I haven't seen you in forever. I know. You look exactly the same. It's so cool. Good. Or I'd be scared if I didn't look like me. Of course, you seem more adult now. So what's on your mind? Hmm. Chloe, natürlich. I don't know how to say this, but I'm truly sorry about what happened to Chloe. Me too. All it takes is a few minutes to change a girl's whole life. But she's alive. And she's been a trooper. Is she sauer on me? I'm happy that you're here. She is amazing. I'm so glad you're here to help her. And be your father. I'm so glad Joyce is here to help us both. Max, I just hate to think of what would happen to Chloe if I wasn't here. William, I just want you to know that whatever happens, I'll always be here for Chloe. Always. I know you will, Max. Uh-huh. I was impressed by Chloe's room and all the high-tech equipment. You should be. We could buy a few mansions for what it all costs. Insurance helps, but I don't know, Max. I know it must be hard on you guys, financially. These bills are more like crushing. We have to mortgage our home, and that's pretty scary. But we'll get through it. Price is always right. Get it? No? Being around you and Joyce again is so nostalgic. Very old school, as they say. I think it's great for Chloe to see you. Makes Joyce happy, too. So, it's not all bad news in Arcadia Bay? Or is it? Verrücktes weather. Verrücktes weather. What do you think is going on with all of this crazy weather and animals dying? Nobody knows, right? It is Nostradamus-type shit, pardon my French. But all I actually care about now is Chloe and Joyce. My family. I was reading about that missing girl. Rachel Amber. Oh, yes. She went to Blackwell, right? Oh, poor thing. That's a real nightmare for a family. I get scared thinking about Chloe and that we might lose her someday. The Prescott family might be bad news. What do you think about them? Evil. Next question. Sounds like you know them well. More than I want to. But Joyce has to work for those greedy bastards at Pan Estates. I don't even like to think about it. I have to go see if Chloe needs anything. It was so great talking with you again. You act like it's the last time. And please keep me from these bills whenever you want. Du hast keine Ahnung. Essensgutscheine. Na klar, sparen, wo es geht. Bleibt jetzt nicht unbedingt viel übrig. Okay. Flyer. Ja, jetzt hoffentlich schon. Die brauchen halt Geld. Ah. Post. Nee. Joyce und William never had a garage sale before. They're drowning in debt. Just to take care of their daughter. Such bullshit. Ja. Ja. Sehr geehrter Mr. und Mrs. Price, Ihr gemeinsames Konto ist jetzt geschlossen und sechs Monate überfällig. Bitte senden Sie einen Scheck oder eine Anweisung über 3458, zahlbar an Happy Credit Card. Mit freundlichen Grüßen. Hey, CC. Kundendienst. Zentrum für physische Rehabilitation. Sehr geehrter Miss Price. Aufgrund neuer Kürzungen auf Staats- und Bundesebene müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass Ihre Versicherung Chloys physische Rehabilitation nicht länger abdeckt. Wir können Chloy zu der üblichen Rate von 1250 pro Woche wieder ins Programm aufnehmen. Mit freundlichen Grüßen. 1250 pro Woche. Das ist krass. Einfach nur. Chloys altes Zimmer. Chloys door doesn't have a warning anymore. Nee. Es ist einfach nur leer. Die Krücken. They bought crutches for Chloe. Hoping she might walk again. Ja, das wird wohl nix. Too bad Joyce and William can't get any help from the Prescott Foundation. Liebe Joyce, danke, dass du mich auf dem laufenden hältst, was Chloys Zustand betrifft. Ich kann mir die Mühen, die du und William durchleben, kaum vorstellen. Es tut mir so leid, dass ich momentan nicht mit Geld aushelfen kann. Wieder andere gehe ich in meinen eigenen Arztrechnungen unter. Bitte gib Chloy einen Kuss von mir und alles Gute. In Liebe, deine Tante Dorissey. Ja. Toys? Ich will das irgendwie öffnen und sehen, was hier drin ist. Mach doch. Hi, Bill. Entschuldige, dass ich mich seit dem Unfall nicht gemeldet habe. Die Arbeit hat kein Ende und ich werde nach Salt Lake City zur Aufsicht über einen neuen Parkplatz versetzt. Heutzutage muss man dorthin, wo die Arbeit ist. Ich wünschte, ich könnte dir einen größeren Scheck schicken, aber du kennst das ja. Niemand beschäftigt sich gern mit Geld. Vielleicht besuche ich euch nächsten Frühling. Gib Chloy und Joyce einen Kuss von mir. Halte durch, Billy. Dein Bruder Aaron. Jo, wieder ein nachdenklicher Moment. Ich bin noch überrascht. Ich bin noch überrascht mit dieser neuen Realität. Und ich fühle mich sehr schuldig, für die Chloe und ihre Familie durch das. Ich könnte, dass Chloe die Wahl der Wahl zu halten, aber das wäre schuldig. Aber dann sehe ich, dass sie wieder eine Familie ist. Und ich kann mich wiederum. Ja, es hat sich sehr viel verändert. Positiv, negativ, halb negativ. Alles sehr folgenreich. Spiel niemals mit der Zeit. Veränderst du einfach viel zu viel. Natürlich. Ich glaube, wir haben uns in der Zeit gegründet. Wir haben uns in der Zeit gegründet. Es gibt keine Zufälle. Das ist schon sehr traurig. Da ist das Bad, da gibt es das, was ich suche. Das ist Arcadia Babelt. Hier ist nix. Die Welt kann einen fertig machen. Freut mich auch hier zu sein. Oh, nein. Ich wusste nicht, wie schlecht das Chloes Entry wirklich war. Spinalzentrum Arcadia Bay. Sehr geehrter Mr. und Mrs. Price, wie letzte Woche besprochen, zeigt Chloes respiratorisches Systemanzeichen rapider Schwächung. Diese ist die Ursache für ihre seit kurzem auftretende Anämie und ihre Atemprobleme. Als Arzt liegt mir ihr Wohlergehen am Herzen. Aber ich möchte, dass sie sich der Realität bewusst sind. Das Versagen des respiratorischen Systems ist nichts Ungewöhnliches bei Patienten mit schweren Verletzungen am Rückgrat. Ihre Tochter ist eine der mutigsten und stärksten Patientinnen, die ich je hatte. Und ich bin stolz, mit ihr zu arbeiten. Ich möchte sie als Eltern nur auf alle Möglichkeiten vorbereiten. Ich denke, Chloe sollte über die Änderungen ihres Zustands informiert werden. Wenn Sie dies ausführlich besprechen möchten, wissen Sie, wie Sie mich erreichen. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Anton Phoebus. Ja, also es geht bergab. Das ist ziemlich klar. Schau an sie. Sie haben keine Ahnung, was in ihrer Zukunft ist. Hm. Das ist so ein süßes Schild von Chloe. Ich wundere, wer das Bild genommen hat. William wahrscheinlich, würde ich mal tippen. William ist so hart. Er ist immer super. Super, Papa. Mhm. Bisschen komisch bei einer fremden Familie, die auch rumzuwursteln in den Schokoladen. Mhm. Aber, ähm, ich glaube, Max ist weniger... ähm, ne Fremde als, ja, auch Familienmitglied. Hm. Joyce ist zu hate Smokers in the Diner. Ja, Stress. Joyce ist already a Supermom. Hm. Super Dad und Super Mom. Guten Morgen, Max. Ah, Sie und Chloe sind so viel kaltender jetzt, als wenn Sie Kinder waren. Ich weiß nicht. Es ist schön, wundern Sie in deinem Haus wieder in deinem Haus wieder. Oh, William und ich liebe es. Finally seeing you und Chloe together after all these years. After the accident. Mhm. Ich muss Ihnen sagen, wie ich liebe Sie und William wieder wiedersehen. Er ist so ein herosierter, durch all das. Chloe und ich, wir haben ihn. Hmm, Chloe und William. Chloe und William sind, wie sie immer noch so gut sind. Ja, die beiden sind jetzt noch mehr als immer. Chloe wird eigentlich hören, zu William. Sie meistens ignores mich. Oh, es ist so schön, wenn sie auf die Schokolade auf den Schokoladen. Du bist, Joyce. Shit. Dinge würden sich anders sein, wenn ich so. Ich mag, wie du denkst, Kind. Wie bist du, Joyce? Ich mache das best I can, Max. Ich will nicht lie, es ist schwierig. Aber niemand sagt, Leben war einfach hier in Arcadia Bay. Mhm. So, was du denkst, ist hier passiert mit all diesem... ...eco-havoc? Maybe Arcadia Bay just wants to be left alone. I know the feeling. Honestly, I don't give a shit about too much outside our house. I don't blame you, Joyce. Except now we have dead birds and beach whales outside our front door. So maybe I should care, for Chloe's sake. Plus, you guys have to work, too. Ah, Belle and I have no time for ourselves. And we're working more than we're living. I even had to take a part-time gig at Pan Estates. Ugh. Do you know the Prescotts? I know that Sean Prescott won't be happy until he owns everything in Arcadia Bay. Stay away from his son, Nathan. Do you know somebody named David Madsen? He, um, might hang out at the two wheels. Well, that was random. Yeah, he's a bus driver. He comes in sometimes. Cute, quiet. Why? Oh, um, I was just curious. You always were. Nice to see that everything doesn't change. As richtig. I wish I was a better friend. I know Chloe doesn't get many visitors. Oh, Max, you're Chloe's best friend for a reason. You're here exactly when she needs you. I hope so. You guys do such an amazing job taking care of her. We can only do so much. And she gets damn sick of her parents. That's why it's so important you came to spend time with her. Max, Chloe's condition is not improving. Her respiratory system is very weak, and she... She... Do you know what I'm saying? Joyce. I'm so sorry you have to go through all this. Bad or good, I embrace every moment with my daughter and my husband. This is what it means to be a family. And we'll always be one. No matter what. I better get back to Chloe now. It's good talking with you, Joyce. You too, honey. Ja, die sind schon toll. Alle beide. Und es ist halt so bitter. Lichtschalter. Kein Handtuch. Keine Farbe. Na doch, aber nicht das Richtige. Ah. Here it is. I never thought I'd be delivering morphine to my best friend. Ich will trotzdem überall reingucken. Medicine looks almost the same. Just more medicine. Hm. Nicht verwunderlich. It's cool that Chloe uses natural medicine too. Das hat sie ja schon vorher. Grundlegende Änderungen gibt's ja jetzt nicht wirklich. Aber... Naja, grundlegend eigentlich schon. Ja, schwierig. Sagen wir mental grundlegender. Ja, William. Das sind halt krank geile Eltern. Ich glaube, Joyce's Tipps will cover all this. Bonjour. That's great. They finally went to Paris. Ah. Okay. Damn. This is just for Chloe's basic supplies. Uuuuuh. Uuuuuh. 8.587. Fürs Grundlegendste. Das ist schon ein bisschen was. Ich hab da was gefunden. Hallo, again, William. Nice to see you back. So you finally made it to Paris. Oui, as they say. Not me, because I can't speak French. But it was a great experience. Especially for Chloe. I can see her loving it there. You guys rock for going on a family adventure like that. She talked about going to school there. But that's not practical anymore. It's not fair, Max. I have to go see if Chloe needs anything. It was so great talking with you again. You act like it's the last time. And please. Ja, das Abschluss hatten wir ja schon. Ja, so schön. Es gab halt nicht nur Negatives. Das ist normal. Es ist halt auch wieder ein Leben. Aber es läuft halt anders. Ganz anders. Äh, ich hab da... Give me the blue pill. I'm sorry. I'm nosy, but not precise. Go ahead and plug it right in. It's so easy. And painless. Um, okay, but... Get ready to yell for your folks if I screw up. Oh, trust me. I will. Of course, my pain just keeps getting worse. But you caught me on a good day. Max, I'm so grateful that I'm even able to hang out with you. See, I'm getting mushy. I'm already high. You're so adorable. Do you want anything else? Ähm, stop me if I'm being too emo. But can you grab one of the photo albums over there? I'd like to check out some old pictures of us when we were kids. Selbstverständlich. Emo Ground Zero. Plus Max Caulfield does not pass up a photo op with Chloe Price. Ever. Ah, das ist richtig. Fotoalbum. Jawohl. Is that okay? Perfect. Oh my God. Look how little we are there. We look like toys. I remember that day by the lighthouse. My dad was pissed at us. He actually tried to give us a time out. And you laughed at him. My dad would have banished me. Whoa, awesome picture. We look so badass in our pirate gear. We should have taken over Arcadia Bay when we had the chance. There's still time for you. Oh man, there we are making pancakes. I love that shot of us. It's hard to believe my dad took that picture only five years ago. Literally seems like yesterday. I wish it was. Me too. This photo. Maybe I could... Listen, Max. My respiratory system is failing. And... And it's only getting worse. I've heard the doctors talking about it when they thought I was zonked out. So, I know I'm just putting off the inevitable while my parents suffer along. And I will too. This isn't how I want things to end. What? What are you saying? I'm saying that being with you again has been so special. I just wanted to feel like when we were kids running around Arcadia Bay and everything was possible. And you made me feel that way today. I want this time with you to be my last memory. Do you understand? Yes. I do. All you have to do is crank up the IV to 11. Shit. Ich kann es natürlich verstehen. Mehr als nur. Aber das zu tun, ist das andere Ding. Ich finde auch tatsächlich gut, dass ich ein Ich-weiß-es-nicht dazu kriege. Das würde ich nämlich wählen. Ich kann es nicht einfach so akzeptieren. Ich kann es auch nicht einfach so verweigern. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich weiß nicht, ob ich das tun kann. Ich hatte ein Freund, der wollte das alles enden. Und ich habe alles, was ich konnte, um sie zu retten. Und ich weiß nicht, wie kann ich mich verantworten, um sie zu retten. Ich meine, da muss ich einen anderen Weg sein. Max, du bist da für dein Freund, no matter what. Ich kann es ja echt voll und ganz zugestehen, dass das genau... Ich kann es ja echt voll und ganz zugestehen, dass das genau... ...das Richtige ist. Es wird schrecklich. Die Eltern werden mich auch wahrscheinlich hassen dafür. Definitiv. Aber es ist halt auch das Unausweichliche und so weiter. Aber es ist alles echt schwierig. Ich werde es akzeptieren. Ich werde es akzeptieren. Aus dem einfachen Grund, sie guckte auf das Bild und fragte sich, kann ich? Und das ist das Wichtige. Dass alles wieder gerade rücken. Also, ich akzeptiere. Chloe, ich werde es einfach drücken, um uns hier zusammenzunehmen, um uns hier zusammenzunehmen, um immer wieder zu sein. Vielen Dank. Ich bin so stolz von dir, für folgen deine Tränen. Keine Ahnung. Ich liebe dich, Max. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Du es. Los. Schnapp dir das Bild. Gute Nacht, Chloe. Ich bin sorry, William. Es ist so hot now. Ich kann nicht even sehen. Hey, Alex. Das ist so hot. Es ist so hot. Da ist besser wieder.